Ich lerne Deutsch. Nummer 9730 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bitte sei leise. Du störst die anderen beim Arbeiten. Bitte sei leise. Du störst die anderen beim Arbeiten. Wer das Klima schützt, sichert auch die Lebensgrundlagen künftiger Generationen. Wer das Klima schützt, sichert auch die Lebensgrundlagen künftiger Generationen. Ich teste und verbessere Software für ein Unternehmen aus der chemischen Industrie. Ich teste und verbessere Software für ein Unternehmen aus der chemischen Industrie. Ich teste und verbessere Software für ein Unternehmen aus der chemischen Industrie. In der Geografie lernt man die verschiedenen Zeitzonen und ihre Bedeutung kennen. Freundschaft ist eines der kostbarsten Geschenke des Lebens. Freundschaft ist eines der kostbarsten Geschenke des Lebens. Es ist endlich Wochenende und ich freue mich darauf, dass mein Freund Zeit mit mir verbringt. Es ist endlich Wochenende und ich freue mich darauf, dass mein Freund Zeit mit mir verbringt. Ich zeige euch die Geheimnisse des Seilspringens und wie es euren Körper trainiert. Ich zeige euch die Geheimnisse des Seilspringens und wie es euren Körper trainiert. Ich zeige euch die Geheimnisse des Seilspringens und wie es euren Körper trainiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich zeige euch die Geheimnisse des Seilspringens und wie es geht. Die Geheimnisse des Seilspringens und wie es geht. Ich zeige euch die Geheimnisse des Seilspringens und wie es geht. Abonnieren, die Geheimnisse des Seilspringens und wie es geht. Vielen Dank.